Das sehen wir gleich hatte. Moment, bleibt mal so liegen. Richtig ausrichten. Haut, haut, haut. Was ist jetzt schon wieder passiert? Hallo Flo. Ist das hier ne Drogenmech? Ja, vermutlich. Ich hab hier ne Stütze mit Drogen. Warte Flo, ich möchte dir was spritzen. Alter, jetzt hab ich meinen Testblöck gelaucht. Yes, da hat Nico getötet. Aber echt, und wie ich das gemacht hab. Und ich bin stolz drauf. Was machst du? Andy. Darf ich deinen Bruder schlagen? Ist doch mir egal, was machst du denn? Aber was hast du gegen Valentin? Ja, Valentin! Pass auf! Da ist größtes Integuar! Da ist größtes Integuar! Nein! Hallo, ihr habt jetzt einen waschechten Logistiker dabei. Okay, los geht's. Okay, du bist dafür verantwortlich, dass nicht sowas wie gerade eben passiert, dass wir Bogi vergessen. Mit was ist passiert? Wir haben den Medic vergessen! Wir haben den fucking Medic vergessen! Das halte ich für der Lüge! Äh, Leute, ich hab ein Problem. Du wirst wirklich bauen? Äh! Ich hab einfach nur Gas gegeben! Besteigst du das Auto, oder was? Ich hupp schon, aber... Ja, fährt nicht weg! Fabi, komm mal hierher und guck dich scheiße an! Fabi, ich höre dir! Bist du bereits auf dem Auto? Hahahaha! Hahahaha! Ich hab, ich... Ich halte dich fest, ey! Ich hoffe, dass du jetzt mal schaust! Oh mein Gott! Hahahaha! Oh ja, Frau Schwester! Hahahaha! Warte, Rebecca, das geht vorbei! Das geht vorbei! Du musst weiter in die Mitte! Genau! Das ist ja Millimeterarbeit! Ja, das ist Millimeterarbeit! Das ist nicht leicht! Hahahaha! Und bitte ins richtige Loch! Äh, bei dir gibt's bloß eins! Tut mir leid! Also, so oft wie ich in das Ding schon reingestochen hab, war der Bär erst dran! Hahahaha! Hahahaha! Das ist gar kein Alpha! Den kann man... Den kann man in der Luft zerlegen! Ja, den können wir dauernd, den haben wir... Aber... Das ist kein Alpha! Was für ein Level war das Ei? Äh, 96! 96? Ja, aber ich... Ich hab mich nicht frei, weil ich am Scheiben war! Das stimmt! Dass es in diesem Höhlen-System bei der Schlucht drin ist! Vielleicht ist ja dieser Werk... Das kann auch sein! Was zur Hölle? Was denn los? Wer soll ins T.S. kommen, damit du das abstehen kannst? Wieso kann mir irgendjemand nicht hören? Vielleicht dreht der nicht mehr! Vielleicht dreht der nicht mehr! Also, ich... Weiß ja nicht so! Daniel ist wieder da! Ich bin Daniel! Mir geht es gut! Ich lebe auf einer speziellen Farm! Rebecca hat mich nicht umgebracht! Ich bin Daniel! Jaa! Yit! Hahahaha! 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 Hör 3x ich bin Daniel drin! ich habe dich beide gesehen wie du unten beim unteren engine in wend gesprungen bist ich habe die perfekte wir halten wieder auf wir halten ihn auf mit dem auto genau so Äh, Bobby? Ja? Andy? Andy, was machst du mit Sonn? Ich muss nicht die Lache haben, Alter. Alter, könnte die Klappe halten. Scheiße, ich bin angefahren. Oh fuck, raus aus dem Auto. Raus, 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 raus. Okay. Gut, ich möchte... Flo hat entschieden, wir gehen zu Fuß weiter. Das ist schon wies. Ja! Nimm mich! Nimm mich! Entschuldigung! Schokolade! Nein! Nimm mich! Ist er da! Der gegenüber, der Ding war geil. Der Tracer, ja. Ja. Flurkampf von hinten! Hm. Okay, das ohne Kontext. Sag das bitte das nächste Mal ein bisschen anders. Was? Helden sterben nicht! Das war die geilste Anzeige von Helden, sterben nicht! Helden, sterben nicht! Hörgel! 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 ... die Machen, Schad! Ja, einfach mal! Ja, einfach mal! Ja, einfach mal! Ja, einfach mal! Die Geschwindigkeit! Ja, dann ruf du einfach so was im Amtrenner! Ich hatte gerade eben... ... gute Schusslinie auf zwei Typen, aber dann kam doch auch. Reina ist bei... genau jetzt einfach vor der schnauze durch was fällt der eine ist die war direkt so direkt zwischen uns beiden hier ja aber ist kein von uns verletzt oder ja ich habe eine geisel ich weiß wie man da reagiert ich habe verdammt der schuss noch gut oder ein die waffe hat eine geisel es geht noch alt ist live doch außerhalb sterben menschen ich freue mich gar nicht mit einem leichen brückel oder fahrt das fängt wie bei der leiche doch hüpft für eine leiche bei euch auch so meine leiche macht die falsche springen springen also ich hüpfe gerade wenn ich manchmal springen junge bis ganz nach oben an die decke wir halten sie einfach vorne beschäftigt es wird einfach kein dass sie alle ja ich habe es gleich nein nein haben die sein schon was ich bin ich bin ich habe wie die gabel funktioniert weil ich glaube wir klappen zum kompakt glaube ich die wägel Hallo Brauni Au Wo muss das Foto hin? Hier wo ich steht ok geht Nein Da Hahahaha 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 Sobald irgendwie gefechtlos geht haut dieser VIP ab und den vorher zu finden ist ein Ding der Unmöglichkeit Also Leute alle hinlegen und durchkrabbeln Wir robben durch Pyrgos Warum bin ich aufm Dachs geworden? Moment mal Warte du bist aufm Dachs Ja ich bin auch hier aufm Dachs Hä? Du sollst mich vorbeilassen Ich brauche mich besser in Position damit ich auf das Ding schieße Ach heiliger Bimbam Ich bin ein Stein Ich bin eine Robbe und ich robbe mir mit meinem Arsch über dem Boden Hehehe Ach heiliger Robben Scheiß Hollander Helicopter 300 Meter West Es ist ein ziviler Hubschrauber Also immer wieder zivil Lumpen Also dann weiter 2,80 Scheiß Nachrichtenteams Ja die, 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 die Bubblen heil durch und dann kannst du keinen Schaden machen Die Bubblen sich gegenseitig Die Bubblen sich selbst Die Bubblen fast das ganze Team ab Das ist echt Die Bubblen das Gegner Team Bubblen, 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 Bubblen Hahahaha Mit Q und E neigst du dein Schiff Okay Und mit wie fliegst du vorwärts Und wenn du das Mausrad schiebst, man hat ja noch komisch toll Guck der weg aus Also der letzte quasi ist Tempo höher zu Äh Ja das ist das was ich meinte Der hat Schiff eingelagert Und mich hat er Während wir damit weggeflogen sind Während wir damit weggeflogen sind Ja Ich suche mir gerade ob irgendwo hier was steht von wegen Ladungssicherung oder irgendwie was bezüglich Cargo Bay Weißt du was, da informieren wir uns jetzt einfach nochmal drüber Dann schaust du jetzt nochmal nach ob es geht Oh Gott ich hab versehentlich den Ähm Sehen? Ich hab versehentlich Hahahaha Sehen? Ich hab Hahahaha Kack's doch einfach Ich hab den Ejektor gedrückt Hallo 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 Halt Hehehehe Das war nicht abgesprochen und nicht geübt wohlgemerkt Lois auf Crack Jaaaa Moment, Entschuldigung Warte Jaaaa Linktum du bist ein Vorstandsmitglied Du darfst Drogen nicht gut finden Hallo, ich bin Mickey Mouse Auf Crack Haha Ich bin kein Vorstandsmitglied Ich bin Mickey Mouse Auf Crack Da hast du's Ok Hast verstanden Viel Spaß mit deinem Crack Mickey Mouse Ok Hochati Du schaffst das hochati Nein Zieh Zie Zieh Zie ZI Y NEIN! Ja, weißt du wieso? Weißt du wieso? Weil er mir geholfen hat, dass Sigmund mich hochgehoben hat! Aber egal. Gute Runde. Nichts auch gar nicht schlecht. Weil es ein Team immer schön da geblieben ist. Ahhhh! Was ist das cool? Oh Gott, ja! Hat sich bestimmt schon richtig gefreut. Oh Gott! Anscheinend gilt in Red Dead Redemption ein Zeitungsstapel von einem Zeitungsjüngern als Lagerfeuer. Weil ich kann mich daran ausruhen und Gegenstände herstellen. Und es ist einfach so unangenehm, ich knie einfach direkt vor seinem. Läuft, oder? Läuft! Ja, richtig! Und jetzt hab ich versehentlich besser gezogen! Flo, ist der Junge jüdisch? Gleich! Gleich ist es ja! Gleich ist es! Oh Junge! Was zum Fick macht sie's grad? Flohsachen! Nein, 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 nein! Wir schieben Flohsachen in den Anus! Unternehmlich! Warum mit mir? Wie? Halbube! Ich bin Ihr listening! Jettung! Underdel Masきた! Dramaté! yeah! 10 Bis zum nächsten Mal.